Herzlich Willkommen zurück zu Draken Sankt Online, hallo! Wir kommen mal zu den Neuigkeiten von Release 183 und diese sind so spektakulär, dass ich einfach mal gedacht habe, ich stelle mich in diesen tollen Bassraum, weil es wird es auch sehr, sehr lange dauern, das alles vorzulesen. Also, ne, wenn du jetzt gerade mal auf den Klo musst, dann geh jetzt mal auf den Klo, hol deinen Kaffee, hol deinen Popcorn, mach dir ein schönes Leben vom Rechner oder vom Handy, je nachdem und lausche. Also, ne, fangen wir mal an. Es geht, ähm, ne, so, es gibt zukünftig ein neues Event, was etwas mit den Zwischenwerten zu tun hat. Mehr Info steht ja nicht. Des Weiteren, das war's. So. Ja, das, äh, das alles. Das, das, das war das ganze Release. So, wie du alle diese 52 Sekunden, äh, ciao, ne? Ja, so viel dazu. Also, es gibt irgendein Event, was irgendwas mit den Zwischenwerten wieder zu tun hat. Das war's. Welches weiß ich nicht. Es gab einen Bug, womit man ein bisschen Lebenspunkte weniger hatte, aber das haben sie schon nicht wieder korrigiert. Gut, so viel dazu. Äh, gut. Äh, genau, als kleine nette Info, also, heute, äh, ne, morgen, es ist 23.59 Uhr, morgen beginnt das, äh, wie schimpft sich das nochmal als Event? Äh, Raub zu den Düsterzweig-Event. Genau, morgen um 15 Uhr, auf Heredur, bis um, bis zum 13. um 15 Uhr. Heute beginnt das Düsterzweig-Event. Es ist gerade nur Uhr gewonnen. Also, es beginnt das Düsterzweig-Event, am 2. Februar, wie gesagt, 15 Uhr bis zum 13. Februar, 15 Uhr. Es gibt auch wieder zwei Mini-Challenges, die erste ist vom 4. bis zum 7. Februar, um jeweils 12 Uhr. Die zweite ist vom 9. bis zum 13. Februar, jeweils um 12 Uhr. Da gibt es halt, also, der Hauptgrund, warum die meisten das Event mitmachen, ist wirklich, äh, 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 diese Kiste hier. Kisteaufwertung, da ist einfach dieser, dieser Juwelderaufwertung drin, indem man einfach mit irgendwelchen zwei, ähm, Juwels zusammenbasteln kann, quasi. Ich könnte jetzt die zwei 29er Rubine nehmen, also zwei von den dreien. Könntet ihr mit einem Juwelderaufwertung zu einem 38er machen, quasi. Ihr setzt einen weiteren 29er, ähm, Stein. Das ist wirklich sehr viel, muss ich sagen. Gut, äh, ja, das war's auch im Prinzip schon zu den Neuerungen. Und wie gesagt, Neuerungen ist, es gibt ein neues Event, natürlich in der Zwischenwelt. So, das, das war's. Mir steht dann einfach nicht, das ist so, ja. Das war jetzt so spannend, ne? Habt ihr ein paar Puppkorn schon länger gegessen, weiter halt auf Klo, das ist sehr schön. Denn, wie ich sagen, ich tue mir leider gar nicht, nichts mehr. Geht's einfach mal nächstes Mal weiter, und bis dahin. Habt euch einen schönen Abend, und macht es gut. Tschüss. , ja. Te arg Vielen Dank.